Kevin de Bruyne ist auf dem Weg zum Medizin-Check nach Manchester. Um Punkt 8 Uhr kam der junge Belgier heute Morgen mit seinen Beratern, mit seiner Freundin und auch einem Lächeln im Gesicht am Braunschweiger Flughafen an. Er wirkte gut gelaunt, sagen wollte er aber nichts. Wenn beim Medizin-Check heute in Manchester nichts Gravierendes mehr schief geht, dann dürfte auch die offizielle Verkündung des Wechsels nur noch eine Frage von Stunden sein.